äh genau darum renne ich einfach weiter und interessiere mich vielleicht für diesen da war nichts wo könnte das secret raum noch sein vielleicht hier oben nein okay hier links auch nicht na komm stirb du übergroßer fliegender kopf mit eine milliarden fliegen oh nein die viecher könnten vielleicht schwierig werden was der hat den schuss überlebt da haben wir ihn doch gefunden will ich jetzt mal reinschauen uninteressant und dann nehme ich eine abkürzung in den shop na komm schon funktioniert nicht okay was funktioniert auch nicht der raum könnte böse werden erstmal den und dann die zwei oh je und der letzte raum noch mal der raum von eben okay und item raum steam sale nehme ich gerne mit die pille mit speed up und jo speed up och ne genau das warum kriege ich den schon zum dritten mal in meinen drei runs hintereinander und dreimal den das ist zum kotzen aber ich glaube mit dem item ist ja nichts schwer jetzt hat er in die richtung geschossen du bist so blöd ich treffe den nicht jetzt ein treffer zwei treffer drei treffer vier treffer tod und was war das frecknen treue ich krieg geld oh je die tiefen 2 links richtung item raum und boss mehr möchte ich nicht und shop ok shop möchte ich nicht um und die zwei fliegen noch warum den sieg wird Raum. Ja, das wäre vielleicht auch noch interessant. Und ein halbes Herz zum Glück. Na komm. Ah, lass mich. Jawohl. Glück gehabt. Das war wirklich Glück. Jawohl. Und den kleinen. Perfekt. Da oben war nichts. Dann nach links. Au. Oh, oh. Machen wir das so rum. Oh. Ich sehe schon. Herr mit. Herr mit. Ja, perfekt. Ich sehe schon, ich muss für den Itemraum wahrscheinlich oben lang. Und für den Boss unten lang. Möchte ich den Itemraum... Jetzt ist schon zu spät. Was? Der hat es überlebt? Oha. Gut. Hör auf, so viele... Fliegen zu spawnen. Die sind ganz schwer für mich zu erledigen. Nächste Mal müssen wir was zu trinken bereitstellen. Herr's up. Oh Gott, geil. Genial. Stirb. Und bitte tot. Alle tot. Oh, oh. Das ist einfach awesome. Da. Die schwarze Bohne... Wenn ich Schaden bekomme... Wenn ich Schaden bekomme... Stößt mein Typ BadGad aus... BadGas aus. Wo könnte der denn sein? Nein. Wahrscheinlich hier vielleicht auch. Naja, das war zu weit. Auch zu weit. Auch zu weit. Muss ich ein bisschen warten wie jetzt. Na, so. Naja, da haben wir noch. Und? 99 Bomben. Oh. Bäm. Wie sieht denn mein Typ aus? Kane, also wirklich. Sieht wirklich... Scheiße aus. Mini Greeds. Die sind wirklich... Flink und... Nicht leicht zu treffen. Na komm. Nehme ich gerne mit. Das war knapp. Und Chubby. Ah, der hat überlebt. Und tschüss. So. Boss Nummer... Keine Ahnung. Fünf. Was? Mom? Was? Mom schon? Also, ja. Danke, dass du mir den... Dings hier zerstörst. Aufmann. Oh, ein Herz. Ja. 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 Okay, schön vorsichtig und konzentriert. Dann passiert mir nichts. Oh, na toll. Voll reingerannt. Na, jetzt hör mal auf. Die Bödenkommate. Das war's. Tschüss, Mom. Jesus, tschüss. Range und Tears up. Bringt mir, glaube ich, eh nichts. Ne. Und Leertachstelle. Und ein neuer Herzcontainer. Okay, ich liebe dieses Spiel langsam. Und ich gehe in die Bibliothek. Na, toll. Eine Sackgasse. Komm schon. Komm schon her. Na. Stirb. Nichts. Nichts. Okay. Dann. Oh, Mann. Warum muss dir da ein Stein sein? Da muss ich diagonal. Da gelade. Ahem. Okay. Und hier. Oh, je. Oh, je. Oh, ich verpiss mich hier. Äh. Kann ich gar nicht nehmen. Blöd. Hier möchte ich einfach weg. Einfach rausrennen. Ha. Mich hat nichts getroffen. Öffne ich. Na, toll. Bomben. Hey, wow. Oh. What? Hat der mich nicht erwischt? Hat der mich nicht erwischt? The sl Krieg? Drück auf Belial. Und jetzt gleich zweimal. Ihr wollt mich wohl verarschen. Ich nehm es trotzdem. Aufgrund des Schadens, den ich dann mache. Okay Und the world Oh, die benutze ich im nächsten Stock Da lasse ich es einfach bleiben Dann mache ich es einfach so Da brauche ich den gar nicht Aber ich treffe mich, blöd Jetzt Look auf Belial benutze ich bei Moms Heart Na komm schon Och was Buggy spiel Nein Das war nicht cool Der hätte ich schön treffen können, den treffe ich Nicht Der nervt mich, blöder Boss Du wirst nervig Jawohl, das war's für dich Noch mal in Satans Raum Und den Gürtel lasse ich mal liegen Äh, was ist das für ein Auge? Moms Contact in the Freeze Effect Oh, nice Und das ist das Mark für Damage? Und nächster Raum Okay Okay, the world Mit Q Hoch Ach, hier ist es gleich mal da Bringt mir überhaupt nichts mehr Vielleicht im Arcade Room Aber da möchte ich gar nicht rumspielen Ich möchte einfach Das hier schnell Oh oh Zu Ende bringen Ach, diese Steine Nervt mich Na toll Wegen dieser beschissenen Zecke Kann ich das nicht mal aufmachen Ach, geht doch so Ah, Ka-Boom 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 Tier ist ab Oh Nochmal Tier ist ab Ich hab doch schon Oder das, Max, oder? Schussgeschwindigkeit ist halt Nein, ich möchte nicht sterben Äh So Schussgeschwindigkeit ist halt Natürlich ganz lahm Logisch Okay Die schreien nicht mehr Tür ist ab Und Tür ist ab Speed ab Ah, ich hab nur Gute Pillern Den Raum vermeide ich Gluttony Gleich doppelt Oh, vorsichtig Glück bei Äh, nicht getroffen So Oh, schöne Items Öah Blöde Gegner Oh, das wäre fast ein Treffer Das Was? Was? Was bist du denn? Was? Was bist du? Irgendwas Stimmt hier nicht Was? Fisch du? Egal, ich find's jetzt mal raus Bescheuert Okay, versuchen Mams Herz Ohne einen Treffer Zu besiegen Zu besiegen Für Ding Äh Seul Das war's schon mit dem Treffer Und der zweite Treffer Ach, diese Augen Sind beschissen Soll ich die denn besiegen? So vielleicht So vielleicht So vielleicht So vielleicht So vielleicht So vielleicht Das war's für dich Und leider hab ich ein Damage bekommen Hm Naja Was soll's Dann hab ich halt das Ending Und wir haben Den Nagel Sehr schönes Item Den Nagel freigespielt Ja Und Ich würde sagen Wir sehen uns im nächsten Part Mit Judas Auf Wiedersehen